Hier im Hintergrund sehen Sie eines unserer solarbetriebenen Aquamotik-Systeme von der Firma EKS Anlagenbau. Die Anlagen funktionieren auf der Zwangszirkulation. Das heißt, wir holen sauerstoffarmes Wasser nach oben und bringen es an der Anlage mit dem sauerstoffreichen Wasser in Verbindung. Durch das Abströmen in die Tiefe mit dem sauerstoffangreichendem Wasser haben wir eine Belebung der Bakterien am Seegrund und die Regeneration beginnt von Neuem. Der See, den Sie im Hintergrund sehen, unterliegt einem Alterungsprozess wie alle Seen. Inzwischen haben sich Schlammberge angesammelt, die dazu geführt haben, dass die Fische nicht mehr genießbar sind. Aus dem Grund haben wir uns entschlossen, diese Aquamotik-Anlage zu installieren. Untertitelung des ZDF für funk, 2017